Herzlich Willkommen liebe Leute zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Sendal-Game-Accounts. Schön dass ihr das wieder eingestellt habt. Ich möchte euch heute ein bisschen informieren in Puncto Gamescom. Also schön dass ihr da seid. Und ja kleine Leute sitzen am Rand. Ich lebe auch noch. Ich bin jetzt ungefähr gut zwei Wochen vor meiner schriftlichen Abiturprüfung. Meine mündliche Abiturprüfung ist schon am Montag. Also übermorgen heißt es sehr bald. Ja ich habe dementsprechend deshalb eigentlich gefühlt kein Privatleben mehr abgesehen von Schule. Alle die so ein Abitur gemacht haben. Ihr wisst es. Es ist einfach für die meisten zumindest eine saustressige Zeit. Weil ich kann mich leider nicht zu den Personen zählen die mit ja total Coolness und Easiness hier. Überall 15 Punkte schreiben und easy. So einfach ist das dann leider doch nicht. Aber nun ja. Darum soll es heute nicht gehen. Das du mal als Randnotiz. Und das heißt übrigens auch wenn es ja auch mal eine Prüfung sind, dass dann die in gut zwei Wochen oder drei Wochen sind glaube ich auch vorbei sind danach dann. Und ich dann wieder mehr Zeit habe und auch gewilligt bin mehr hier wieder durchzustarten auf Game-Accounts. Also da wird komplett Umbruch geben. Game-Accounts 2.0. Hub ist Kurspläne. Weil ich bin endlich in meiner Schulzeit fertig und habe endlich wieder Zeit für Hobbys. Wie eben das hier. Aber dazu mal anders mehr. Ich will nämlich jetzt ein bisschen über die Gamescom quatzen. Und konkret wie es bei mir diese aussieht. Denn ja natürlich bin ich diese auch wieder auf der Gamescom. Allerdings das erste Mal seit die Gamescom überhaupt existiert. Seitdem ich überhaupt auf der Gamescom existiere. So rum. Weil ich war 2017 das erste Mal da. bin ich dieses Jahr nicht an allen Tagen da leider. Und auch obwohl Nintendo dieses Jahr leider nicht auf der Gamescom ist. Das ist wirklich Herz-Smerz. Weil die Wandlastung fast war ja nicht da. Und die Gamescom ohne Nintendo ist einfach wirklich lame. Letztes Jahr war Nintendo da und das war wieder so eine tolle Gamescom. Weil es war einfach cool. Die Turniere von Nintendo das hat Bock gemacht. Aber allen voran das Platon-Turnier da drin zu sitzen und das einfach anzusehen. Das ist ja wirklich mega. Also als wirklich großer Tendo-Fan da fehlt mir etwas. Ich find's so schade. Auch die ganzen netten Leute von Nintendo die ich da äh kenne. Kann ich auch leider nicht sehen. Das ist alles so schade. Aber kann man nix machen. Und so ist es halt ähm. Wie ich es sag dann halt nicht. Hoffentlich. Vielleicht geht's raus in euch. Eterno falls ihr das Video seht. Hoffentlich seid ihr nächstes Jahr wieder da. Mich würd's ja freuen. Weil wie gesagt ähm ja ne Gamescom ohne Eus ist einfach miss. Zumindest. Und denke mal auch für viele andere. Weil ich gibt da durchaus Rast für den Tendo-Fans auf der Welt. Einfach nicht dasselbe. Nun ja wie ich dem auch sage. Ich geh trotzdem auf der Gamescom. Natürlich muss er. Wie auch die Gelegenheit haben paar von euch zu treffen. Weil sich dies leider ein bisschen eingrenzen wird. Denn ich bin diesmal erstmals leider nicht am Wochenende auf der Gamescom. Das ging aus organisatorischen Gründen aus. Was sie mir gesetzt nicht so nix. Zwingst damit an, dass mein Stamphotel bei dem ich immer bin. Und ich ist auch früh buch. Ich es trotzdem erst diesmal verkackt hab. Und hätte noch früher buchen sollen. Denn das war so am Wochenende hin zum Haus gebucht. Erster Punkt. Und alle anderen Hotels werden. Ja. Muss man schon sehr tief in die Tasse greifen. Sagen wir so. Zweiter Aspekt. Ähm. Ich überschneide es ein bisschen mit meinen Urlaubsplänen. Ich hätte gerade die danach anstehen. Und so weiter und so fort. Und auch paar anderen Sachen die anstehen. Also es ging leider dies ja wirklich nicht. Da ich auch noch am Wochenende in Köln bleib. Ähm. Ich hätte gern Samstag zumindest noch dran gehangen. Aber wie gesagt. Ich hab von Freitag auf Samstag keine, ähm, Übernachtungsmöglichkeiten gewinnen. Hier auch, ähm, mit einer Begleitung auf die Messe. Äh. Deswegen ist ja auch blöd, wenn man zu zweit da rumläuft und dann eh irgendwie keine Unterkunft hat. Deswegen sind wir nur an drei Tagen da. Dann ist Mittwoch. Das ist der, äh, Fachbesuchertag. Da bin ich auch wieder da. Dann, ähm, da freu mich am meisten drauf. Weil da, man, die Gamescom wirklich noch richtig als Gamescom wahrnimmt, weil einfach noch nicht so viele Leute da sind. Dann bin ich auf jeden Fall da am Donnerstag. Das ist das 22.8. Und am Freitag, wie gesagt, am 23.8. bin ich da. Samstag und Sonntag, wie gesagt, dies Jahr erst mal nicht. Ist natürlich blöd für Leute, die sagen, ja, ich komm zum Wochenende. Weil, äh, da sind die einen oder anderen, die ich immer am Wochenende auf der Gamescom betroffen hab. I'm sorry. Ähm, wie gesagt, ich wäre ganz gern Samstag gekommen, aber unterkommensmöglich her geht das halt wirklich leider dies Jahr gar nicht. Doch seit Essex sieht's knapp aus. Ich könnte dann einen halben Samstag oder vielleicht ganzen Samstag noch hin, wenn ich über Nacht zurückfahre. Aber ich muss halt irgendwie Sonntag wieder zurück sein. Und, äh, von Münzen bis Köln fährt mal zu lassen. Muss man es nur dazu sagen. Nun ja, deswegen wird's dies Jahr so hinauslaufen. Aber ich denke, drei Tage Gamescom sind auch mal genug. Vor allem, weil Nintendo eh nicht da ist. Nintendo ist eh mal ein Highlight. Wo ich dieses Haus und so weiter sau. Mein Main Where-to-go-Punkt für die Gamescom. Und wenn die eh nicht da sind, denke ich, ich kann nicht verschmerzen, dass ich dies Jahr mal ausnahmsweise in drei Tage da bin. Ähm, heißt komplett. Also, falls ihr, es geht mal davon aus, dass die meisten von euch nämlich nicht am Fachbesuchertag am Mittwoch da sein werden. Falls ihr dem Spreis dann am Donnerstag oder Freitag da seid, deshalb gern was anschreiben. Dann können wir uns gerne treffen und gemeinsam über die Messe gehen. Etc. Und dann seid ihr wieder Teil des Vlogs und so weiter. Und ich muss endlich mal, hab's immer noch nicht gemacht, die Vlogs vom letzten Jahr aufarbeiten. Das Problem ist nur, dass die Main SD-Card, wo es das Vlogs gespeistet hatte, die hat irgendwie an, ja, die frisst mein PC, man es mal ist. Und das, ich hatte erst Angst wegen Datenverlust. Deswegen bin ich da noch nicht so weit, wie ich's kommen wollt. Aber dies Jahr wird's auch wieder so in Richtung laufen. Ich hab wieder mal ein fertiges Equipment dabei für die Gamescom. Und werde dies Jahr natürlich sollt auch wieder vloggen. Das hat zu letzter Zeit ganz gut funktioniert. Und zauern ist es dies Jahr ein bisschen zeitiger hochladet, das Ganze. Dazu dann aber noch mal mehr, wenn die Gamescom wirklich näher rückt. Das ist einfach nur mal so aus ersten Informationen, die ihr euch mitteilen wollt, was einfach Stand der Dinge ist. Das ist eben, wie gesagt, die ich auf der Gamescom bin. Eigentlich leider nur für Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und dann auch schon, das ist alles so Stand jetzt, Freitagabend, wieder weiter fahr, weg fahr. Heißt, es tut mir ein Gepäck den ganzen Freitag überall ins Liesfässer und dann, ähm, am Hauptbahnhof, die haben mal da das coole Liesfässer. Und dann abends pulle ich es ab und dann geht's damit zurück. Was ist der Stand der Dinge? Ähm, ja, wenn du rauskommst, schreibt gerne in meine Kommentare, ob ihr zu Gamescom geht, wann ihr zu Gamescom geht und ob wir uns dann vielleicht da sehen. Würde mich sehr, sehr freuen. Und für alle, wo es dann dies Jahr leider nicht klappt, weil die eben am Wochenende gehen, ähm, nächstes Jahr, gar nicht wieder an allen Tagen da so sein. Wird auch ein Tenor hoffentlich wieder da sein, da wird einfach alles wieder besser sein. Ähm, aber man muss manchmal auch ein bisschen, bisschen Einschnitte machen. Also wie gesagt, Samstag hätte ich gerne noch dran gehängt, aber ich sehe gerade wirklich nicht, wie das irgendwie möglich sein soll. Ich, ich überlege noch, vielleicht finde ich es noch eine Idee, aber Stand jetzt, wie gesagt, bin ich Mittwoch bis inklusive Freitag auf der Messe. He, bedanke mich fürs Zusehen. Und, ja, wie gesagt, es wird in zwei Wochen spätestens, wenn es mal mit Tour weitergehen, mit neuen Videos. Ich habe auch mal ein Projekt voraufgenommen, vielleicht spiele ich das jetzt einfach mal über die nächsten zwei Wochen verteilt ab, damit wenigstens ein bisschen Content kommt. Muss ich mal schauen. Ähm, und dann, wie gesagt, geht's komplett neu ab. Aber dann, in Juni, Juni, eher, in Juni geht's dann komplett so rum. Ende Mai, Anfang Juni geht's komplett neu auf den Kanal los. Willst du noch mal komplett neu durchstarten? Mehr dazu aber bald, wie es dann mit Game-Accounts weitergehen wird. Jetzt sage ich es, wie gesagt, fürs Erste, bedanke mich fürs Zusehen von dem Video. Macht's gut. Ja, bleibt nicht mal viel anderes zu sagen. Let's out. Macht's gut. Get's gut. gonna save time. Kartons. ukanen, Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020